Hallo YouTube, willkommen bei BlazorinTV, heute mit einem mega Infovideo. Wie es manche von euch schon mitbekommen haben, haben wir zwei neue Kanäle. Einmal hier oben Gaming und dann noch Music. Da kommen wir jetzt ein bisschen näher zu. Mit mir dabei in der Konfi der Let's Play Noob 05. Hallo. Der Mike Ross. Hallo. Lord Peter. Guten Tag. Der Isaac. Hallo. Und der Küke-Küke-Cajun. Hallihallo. So, und wir haben uns überlegt, wir machen das Ganze hier zusammen, euch so ein bisschen dieses Infovideo nahe zu bringen. Ihr findet das auch auf allen Kanälen der Jungs, die hier gerade im Channel dabei sind. Denn folgender Anlass. Ihr findet ab sofort, wenn ihr hier auf Gaming drückt, gehen wir mal da drauf. Machen wir mal direkt mal Pause, dass es hier nicht losläuft. Ab sofort alle Let's Plays, Commentaries, Trailer, Analysen, Gamechecks, Gewinnspiele, was mit Games zu tun hat. Und das findet ihr alles auf diesem Gaming-Kanal. Und zwar heißt der Playzone Gaming Time. Findet ihr auch hier unten überall in den Subboxen oder Abo-Boxen in den anderen Kanälen mit drin. Wenn ihr da Bock drauf habt und auch natürlich wissen wollt, was da so anliegt, es kommen jetzt einige neue Projekte. Lukas startet mit was Feinem, was wird noch nicht verraten. Geht auf jeden Fall in Richtung Rennspiel, oder Lukas? Ich weiß es. So viel kann man sagen, ja? Ja. Er hat sich schon auch darauf vorbereitet. Und was anderes kann er nicht. Ne, ne. Okay, Shooter? Shooter? Fragezeichen? Lukas und Shooter? Ähm, lassen wir mal das... Hingestellt. Hust. Nein. Ähm, hier könnt ihr dann, wie gesagt, alles finden. Am besten Abo dalassen, wenn ihr Bock drauf habt, euch das anzuschauen. Würden wir uns natürlich freuen. Und, ja, kommen wir zu Music. Music, Music. Jeder von euch hört ja gerne Musik, das ist ja irgendwo auch klar. Der wäre nicht, der hat halt selbst irgendwie Schulter dran, dass er das nicht tut. Auf jeden Fall könnt ihr hier so die Gruppen finden, die wir vorstellen. Die so uns angefragt haben, hey, könnt ihr mal irgendwo ein Video zu uns machen oder mal ein Musikvideo posten. Und das Gute ist, wir werden hier im Musikbereich in Dubstep gehen. R'n'B, House, Elektro, Rock, Metal. Alles drum und dran, werdet ihr da finden. Und für die, die... Warum sagst du Hip-Hop nicht? Ich höre Hip-Hop. 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 Ich höre Hip-Hop. Pop-Hip-Hip-Hop. Happy-Hippo. Wird's natürlich auch geben. Und das Special, das wir jetzt euch da bieten, ist für die Let's Player unter euch oder die es werden möchten oder was auch immer. Wenn ihr ein Video machen wollt und ihr wollt Lizenzen haben, dann könnt ihr die bei uns nämlich anfragen. Und dann können wir, wenn wir gut gelaunt sind und euren Kanal angeschaut haben, euch eventuell eine Lizenz geben, dass ihr diese Videos mit der Musik hier beschmücken könnt. Und wenn ihr Vorschläge habt zu irgendwelchen Tracks, einfach reinschicken. Egal was für Musik, schickt uns eine Message hier über YouTube. Und dann reden wir mit denen und knallen das vielleicht dort online. Genauso wird's, wie sagt man dazu, Interviews. Genau, Interviews wird's geben mit Musikern. Da kommen jetzt die einen oder anderen, auch aus dem Hip-Hop-Bereich, auch ganz, ganz, ganz Bekannte. Ja, ganz sehr Bekannte sogar. Und zwar den kennt jeder von euch. Das weiß ich, zumindest die, die zocken. Das werden sie dann sehen, wer es ist. Und ja, soviel zu Music und Television. Das ist der jetzige Kanal, den ihr alle kennt. Unser Vlazon-Kanal. Dort wird's dann als extra die ganzen Specials aus allen Kanälen gesammelt geben. Und so exklusive Sachen, wie der Stammtisch-Talk. Oder auf der Gamescom irgendwelche Sachen, die wir da abfilmen. Oder wir gehen zum Beispiel auch nach Österreich, nach Wien. Dort auf so eine Art Gamescom, nennen wir das mal. Wir werden dort auch Videos reinstellen. Ganz lustige Sachen eigentlich. Und vor allem die Gewinnspiele. Die wird's da drüber auch geben. Ein neues Design wird kommen, also nicht wundern. Und hier könnt ihr oben übers Menü dann hin und her switchen, durch die Kanäle. Ja, dann würden wir noch den Micros willkommen heißen. Der ist ja noch relativ neu, frisch, ganz jung und unverbraucht. Der jetzt gerade Sonic macht ja. Maiko, erzähl mal ein bisschen was zu dir. Ja, ich bin der Pades, aka der Micros. Mach jetzt seit ungefähr einem Jahr Let's Play ist ein bisschen mehr. Spezialisiere mich auf meinem Kanal eigentlich eher auf Retro-Sachen. Und mache jetzt eben seit zwei Wochen ungefähr bei Playzone Videos. Und macht zur Zeit eben Sonic Generations. Sonic Generations, genau. Das läuft doch schon ganz gut. Mir gefällt's zumindest. Ich schaue es mir echt gerne an. Und... Entschuldigung. Entschuldigung, darf ich das kurz übersetzen? Also, Sonny heißt, ist felsisch und heißt übersetzt Sonic. Sonic. Achso, genau, richtig. Ja, wir brauchen hier so den... Ei, den Dolmetscher brauchen wir hier, ne? Und, ne, der Dialekt ist natürlich richtig geil. Der ist... Das ist epic. Ich find's cool. Das ist halt eine leichte Behinderung für manche. Aber damit muss man auskommen, wenn man meine Sache sich dann anguckt. Ich hab's gedacht, Behinderung von dir. Hatte ich jetzt gar nicht. Aber das ist eine leichte Behinderung von mir. Einfach auf den Buchstaben dazudenken, dann passt das wieder. Ja, wir können ein bisschen Scrabble spielen und sowas und kommen dann ins Endresultat, das jetzt wieder ist. Ey, coole Sache auf jeden Fall. Ja, dann, der Isaac ist auch wieder dabei. Er ist wieder auferstanden von den Toten. Er hat wieder Internet. Ja. Und, Isaac, was machst du jetzt auf dem Kanal als nächstes? Oder was machst du weiter? Also, ich mach jetzt Dead Space weiter. Dead Space weiter. In dem Totenraum mit den ganzen Viecher, die mich anschreien. Mit den ganzen komischen Menschen. Okay. Dann das Peterchen ist natürlich auch weiterhin dabei. Der wird was machen? Wieso musst du mich öffentlich Peterchen nennen? Ja gut, dann nennen wir dich Lord. Den Dark Lord. Lord-Helmchen. A.K. Peter. Ja, also ich mach wie immer weiter Risen, ne? Risen. Okay, und was kommt danach? Äh, Risen 2. Risen, ja, das war jetzt ganz sehr gut. Okay, cooles, ja. Spontane Antwort. Coole Sache. Ja, zum Thema Gamescom, es haben jetzt einige gefragt, äh, es wird, ja, zu dieses Gamescom-Treffen in Anführungszeichen haben wir ja auf Facebook stehen. Eigentlich wird so fast jeder von uns auf der Gamescom irgendwo zu finden sein. Nur haben wir gesagt, dass wir jetzt, äh, auch zeitlich gesehen, das auf dieser Gamescom nicht machen werden, dass wir jetzt fix ein Datum und eine Uhrzeit sagen, wo wir alle dort stehen werden. Das können wir nicht machen diesmal, weil es einfach, äh, beruflich bei den meisten nicht hinhaut. Äh, für die, die möchten, äh, alle Österreicher, und das sind einige, das weiß ich, wir werden auf die Wiener Gamescom gehen und, äh, da findet ihr auf der Internetseite am Dienstag nächste Woche eine News dazu. Und da könnt ihr, äh, euch treffen mit uns. Äh, so wie es aussieht, ist der Cache und der Lukas dabei, noch in Anführungszeichen. Meine Wenigkeit ist auch dort anwesend und wir werden das ganze Wochenende in Wien abrocken. Gehen dann mal hier so, äh, Prada und sowas, ne, und was da noch alles gibt. Bisschen Party machen. Ja, bei den Bierstände abklappern. Ja, genau, wir gehen die, ähm, zukippen. Ja, und wir wollen, ähm, wie heißt das nochmal, Viacca fahren oder sowas, ne, Pferdekutsche und, äh, spanische Hochfreitschule besuchen und die Sissi, und die, und die Sissi missbrauchen, äh, äh, anschauen und, äh, ja, halt Österreich unsicher machen. Da werden wir auf jeden Fall dabei sein und, ja, das war's erstmal soweit. Wir wünschen euch damit viel Spaß. Abo könnt ihr da lassen, wenn ihr Lust habt. Uns wird's freuen und, ja, sag erstmal bis dann und viel Spaß. Tschüssi. Tschau. Tschau.